Bundeskanzler Scholz will abgewiesene Asylsuchende schneller und häufiger abschieben. Italien ist durch einen Generalstreik lahmgelegt und China beschränkt den Export des wichtigen Batterierohstoffs Grafit. Das ist die Lage am Freitagabend. Spiegelredakteur Wolfgang Höbel hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Johannes Schmidt. Wohl auch wegen der Wahlerfolge rechter Parteien will Olaf Scholz irreguläre Migranten künftig schneller abschieben. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute im Spiegelgespräch einen härteren Kurs in der Asylpolitik angekündigt. Die Ampelregierung werde durch etliche Maßnahmen die Migration eindämmen, sagte er. Unter anderem sollen Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten eingestuft und der Schutz der europäischen Außengrenzen verstärkt werden. Mittelfristig setzt Scholz darauf, dass das Europäische Parlament einen neuen sogenannten Solidaritätsmechanismus beschließt. Die Ankunftsstaaten registrieren die Flüchtlinge, statt sie einfach in Richtung Deutschland durchzuwinken, so lautet der Plan des Kanzlers. Falls die solidarische EU-Regelung wirklich beschlossen wird, würde sie wohl zeigen, dass man aus Schaden auch klug werden kann. Bis in Brüssel entschieden ist, so sagt Scholz, wolle seine Regierung von nun an im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Wer keine Bleibeperspektive habe, weil er sich nicht auf Schutzgründe berufen kann, müsse zurückgehen. Die Verfahren müssen schneller werden, indem schon in der Erstaufnahmeeinrichtung Asylantrag samt Anhörung stattfinden, sagt Scholz im Gespräch mit den Kollegen Christoph Hickmann und Dirk Kubiowald. Ihr Eindruck sei, dass erst die Ergebnisse der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen Scholz zum Umsteuern bewegt hätten, gestehen die Kollegen dem Kanzler. Der antwortet, ihr Eindruck ist falsch. Ich bin dagegen, dass man taktische Politik macht, es muss immer um die Sache gehen. Italiens Gewerkschaften protestieren mit dem heutigen Generalstreik gegen Melonis Rechtsregierung. Doch die ist laut Umfragen beliebt. Unser Autor empfand heute fast nostalgische Gefühle angesichts der Nachricht, dass an diesem Freitag mal wieder ein Generalstreik in Italien angesetzt war. Der Anlass des Streikaufrufs diverser Gewerkschaften hat mit der mächtigsten Frau des Landes zu tun, Giorgia Meloni. Der Streik richtete sich insgesamt gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung. Der Generalstreik ist weitgehend ohne spürbare Härten verlaufen, berichtet mein Kollege Francesco Colini heute. Und es gab für die meisten Italienerinnen und Italiener heute keine massiven Behinderungen, mit Ausnahme einiger Flug- und Zugausfälle sowie einer Autobahnblockade südlich von Rom. Dabei gäbe es, findet Francesco, durchaus Gründe zum Protestieren. Die Preise im Supermarkt und an der Tankstelle bleiben im Verhältnis zu den Löhnen sehr hoch. Die Einführung eines Mindestlohns schiebt Melonis Regierung immer weiter hinaus. Und all das nach drastischen Kürzungen beim Bürgergeld. Der von Opposition und Gewerkschaften erhoffte heiße Herbst von Protesten gegen die Regierung bleibe trotzdem womöglich aus. Die Flitterwochen zwischen Italien und Giorgia Meloni sind ein Jahr nach Amtsantritt offenbar noch nicht vorbei. China beschränkt den Export von Grafit, womöglich als Antwort auf angedrohte US-Sanktionen. Für europäische und US-amerikanische Hersteller von Elektroautos gab es heute eher unerfreuliche Neuigkeiten. China hat angekündigt, den Export des wichtigen Batterierohstoffs Grafit einzuschränken. Das Land ist der weltgrößte Produzent von Grafit. Alle chinesischen Exporteure müssen ab dem 1. Dezember zum Schutz nationaler Interessen Ausfuhrgenehmigungen für mehrere Grafitprodukte einholen. In der deutschen Wirtschaft gibt man sich besorgt. Offenbar zu Recht. So wie mit Grafit ist das bei vielen kritischen Rohstoffen, sagt Spiegelkollege Gerald Traufetter. Jahrelang hat China konsequent eine Förderung und Weiterverarbeitung aufgebaut. Man hat die Materialien billig angeboten und die internationalen Firmen in die Abhängigkeit getrieben. Umso wichtiger sei es jetzt, strategisch zumindest in Teilen die Bezugsquellen zu diversifizieren. Das Problem ist nicht, dass es Grafit und andere Rohstoffe nirgends anders gibt als in China. Man muss nur die anderen Quellen erschließen. Die deutsche Industrie muss dafür Geld in die Hand nehmen und der Staat muss sie bei Rohstoffpartnerschaften unterstützen. Was sonst noch wichtig ist? Sturmflut an der Ostseeküste. Erste Uferbereiche und Straßen sind überschwemmt. Das Wasser kommt. Schleswig-Holstein rüstet sich für eine schwere Ostseesturmflut. Mecklenburg-Vorpommern könnte glimpflicher davon kommen. Und an der Nordseeküste sind die Wasserstände ungewöhnlich niedrig. Nachwahlen zum britischen Parlament. Sunak's Tories erleiden herbe Niederlagen. Die Krisenstimmung bei Großbritanniens Konservativen hält an. Bei Nachwahlen verloren die Tories zwei Wahlkreise, die lange als ihre Hochburgen galten. Labour-Chef Starmer spricht von phänomenalen Ergebnissen. Klub verzichtet auf Konsequenzen. Masraoui bleibt nach Pro-Palästinenser-Posts im Bayern-Kader. Der FC Bayern hatte Außenverteidiger Nusum Masraoui nach dessen Pro-Palästina-Posts zum Rapport bestellt. Das Ergebnis? Er bleibt im Team, fällt aber vorerst verletzt aus. Tuchel vertraut derweil auf die Kraft der Kabine. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen. Schönen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020